Hier mal ein kurzes Video über unser Futtergetreide. Hier ist ein Gemenge aus Gerse, Hafer und Erbse. So schön kann ein Acker aussehen. Die Erbse, die steht am allerhöchsten, die bedeckt das Getreide, steht über dem Getreide drüber. Dieses Gemenge wird so gemengt gesät, also die drei Sorten werden gemischt im Saatkasten und so ausgesät. Es gibt ein ganz wunderbares Futtergetreide. Das ist ein ganz wunderbares Futter. So sieht das Hafergerste Erbsengemenge aus, direkt aus dem Mähdrescher. Das ist ein ganz wunderbares Futtergetreide. 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 Das ist ein ganz wunderbares Futtergetreide.